einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer unid und ich begrüße euch zu neuen angezockt auf der ps5 wir wollen sechs solz anzocken jetzt mal gucken ob es platin hat hat nur so wenig trophäen denke er ist nur 100 d hat soja platin er prüft jetzt und das hat geht hdr und weil das playstation hdr hat deswegen habt ihr da kurz so eine fehlerbeteiligung dass das bild überprüft wird ist auch wieder von dem studio mit dem grund darf der idee wird wieder pixel grafik sein also nicht wundern das sieht er hier schon aber auch die spiele müssen mal vorgestellt werden hier kommt doch ja nicht eingestellt hier naja ok dann lassen wir das so wird auch wieder englisch mit deutschem untertitel sein logischerweise oder nur lesen nicht über sprache ach ja das wird wohl wieder rund ja das wird wieder so ein strategie ding sein kapitel 1 damit schwert also x4 eck also x4 eck aus aus ja ab 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 Hört Kletterkölbe hoch. Oh, Trophäe. 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 Okay. The fittest. I like it. I like it. It's okay with the word that I can't create. I can't create one in the middle. Okay. About 4 times. I forgot to fit a little. The first time I got to eat lots. The most fun thing I got. The first time I got to do this, so wir haben ja schon ein paar trophäen gemacht Kapitel 1, Kapitel 2 6 Coins, also 6 Münzen 5 6 5 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 11 12 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 Zwei Volt Speck. Ich bin gleich fertig. Juna wollte, wenn ich würde kommen. Ok. Ups. Ups. So schlecht ist es überhaupt nicht. Oh, was ich da arbeite. Das sind für die sechs Münzen. Okay. Oh Was ist das? Okay. Oh. Ja, wir gehen gleich. Ja, wir gehen. 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 Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das war's. Ja, halbe Stunde. So, habe ich schon. So. So. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Ich weiß auch nicht, wie viel jetzt hier noch kommen. Eins, zwei, zwei sind es noch, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob es dann im Schloss weiter nach oben geht. Also wie viel Level sind denn, ach doch, da sehen wir ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Kapitel noch. Aber, also es macht Spaß. Also es ist nicht so, dass es keinen Spaß macht. So, das soll jetzt wird angezockt auch reichen. Wir warten jetzt eine halbe Stunde. Ich hoffe, was euch gefallen hat. Däubchen, Träubchen. Wie gesagt, den Tator Platin. Können wir jetzt mal da gucken, wird noch schnell, wie viel wir jetzt schon zusammen haben. Für Platin. Neun von vierzehn Trophäen haben wir zusammen. Also es fehlen nicht mehr so viele. Bacongold. Ja halt, ich denke mal, es ist hier nur noch irgendwelche Interaktionssache. Ich muss mir das mal übersetzen. Aber es kann auch sein, dass es hier, so wie jetzt bis zu Kapitel 2 reicht, dass man bis zu Kapitel 2 Spät und Platin machen kann. Ich müsste mal übersetzen, was man denn da noch braucht. Aber egal. Wir sind jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.